Pacing ist ein Trainingskonzept, was die individuelle Belastungsfähigkeit einer Patientin, eines Patienten nach beispielsweise einer Corona-Infektion berücksichtigt. Wir möchten, dass gerade keine Überforderungssituationen durch ein auf den Patienten abgestimmtes Training auftreten. Wir möchten eben nicht, dass der Patient in den sogenannten Crash kommt, und deswegen ist es wichtig, die individuellen Grenzen des Patienten zu kennen. Das heißt, wir möchten wissen, wo sind die körperlichen, aber eben auch die seelischen Belastungsfaktoren, die eine Überforderungssituation erzeugen können. Wir führen deswegen Symptom-Tagebücher in unserer Einrichtung durch den Patienten, wo der Patient eben Möglichkeiten hat, diese Stressoren zu erfassen, und wir schließen dann gemeinsam daraus, wo die individuelle Grenze der Belastbarkeit im körperlichen, aber auch seelischer Art des Patienten liegt, und stimmen dadurch das Trainingsprogramm mit den Patienten ab und versuchen, dieses in kleinen Schritten nach vorne zu entwickeln. Und das ist mir wichtig, gemeinsam mit den Patienten im Sinne eines partizipativen Ansatzes. auch von den Patienten ab und versuchen, dieses in kleinen Schritten nach vorne zu entwickeln. Untertitelung des ZDF, 2020